so und weiter geht es schalten wir es wieder mal ein anderer hintergrund scheint wohl zu variieren die wlan einrichtung natürlich technik faute nennt sein wlan fault ihr land gehen wir mal das passwort ein ohne dass ihr das mitbekommt haha so und weiter geht's verbinden verbinden ok meine time zone pacific hier bin ich doch gar nicht tijuana ja nee klar minus 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 na wo haben wir es denn plus 1 müsste doch hier irgendwo sein ja amsterdam berlin da sind wir doch weiter geht's so und als nächstes möchte da war ganz kurz ein kindle immer so ein account zu sehen da hat er mich schon gefunden mit namen und begrüßt mich schon und fragt bin ich das nicht und jetzt schreibt er mir darunter noch herzlichen glückwunsch dein kindle ist registriert die neueste kindle software wird heruntergeladen und 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 zur sicherheit bitte an strom anschließen aber mache ich jetzt gerade mal einfach nicht lassen wir einfach mal das update ziehen sieben prozent sind es schon ich mache einfach wieder neuen schnitt und melde mich wenn es fertig ist so software update ist heruntergeladen und er installiert das relativ fix nach einem neustart noch mal rüber jetzt noch mal neu start es bleibt also spannend ich sehe gerade auf dem monitor dieser schriftzug kindle fire der flackert keine angst das liegt nur am iphone an der videoaufnahme in realität sieht man dann nichts flackern nachher während das dann noch rum lädt können wir noch mal runter gucken was mir nämlich eben aufgefallen ist ich habe zwar headset micro usb und einschalter ich habe hier oben die beiden lautsprecher oder vielleicht ist auch nur einer keine kein plan sorry der seite hatte ich ja nichts und auf der rückseite eigentlich auch nur dieses leicht gummiert sich anfühlende was ich nicht habe ist ein an und ausschalter so ein kippschalter an der seite wie man das vom ipad gewohnt ist und was ich hier unten auch nicht habe fällt mir jetzt auch erst ein auf hier ist nirgendwo noch ein zusätzlicher home button so da sind wir wieder mit unseren bekannten hintergrund und wir bekommen unsere einführung ok navigation bar ok das haben wir denke ich jetzt verstanden einfach mal geht es weiter ich halte mal was tiefer klopfen klopfen favoriten ablage was ich jetzt schon mal sehen kann also die schrift ist sehr scharf und von den farben bin ich auch hin und weg also ok nächstes quick settings quick settings oben sozusagen unser home button halt jetzt nur eis auf dem display so das war's da sind wir ja schon so sieht der kindle also aus wenn man jetzt zum ersten mal reinguckt gehen wir mal durch meine er hat sogar schon meine bücher reingeholt also ich glaube ich hatte da nicht viel drin beim amazon kindle store lustigerweise glaube ich habe ich die habe ich sogar im deutschen kindle store gekauft die sind jetzt auch hier im amerikanischen mit dabei ist natürlich schon mal stark scrollen geht sehr schick absolut flüssig auch noch mal so was ich halte ihn jetzt hier wieder seit gut drei minuten in der linken hand er wird nicht schwer auch wenn er sich halt vom gewicht am anfang ich etwas überrascht war das ding kann ich auch mit einer hand noch halten so gehen wir mal durch newsstand ist natürlich nix cloud und auf der auf dem kindle selber ich könnte jetzt oben in den store gehen mal gucken ob er mich da rein lässt testen wir doch einfach mal aus klar eine große frage ist auch für mich wie viel kann ich jetzt hier aus deutschland überhaupt mit dem kindle machen ich denke mal bücher kaufen sollte alles kein problem sein nachteil wird dann wieder sein filme und musik wobei doch musik müsste eigentlich auch gehen aber egal das testen wir alles noch aus so gehen wir mal wieder zurück newsstand hatten wir unsere bücher hatten wir eben auch so ein bücherregal das kommt uns doch von irgendeinem anderen gerät bekannt vor ipad hust hust musik da ist nichts drin shops music store hm zumindest zeigt er mir was an ok dann videos gleiches spielchen wahrscheinlich oder kommt jetzt irgendwo die meldung ne hier aus deutschland kannst du leider auf den store nicht zugreifen auch schick dieses durchscrollen oh das funktioniert absolut flüssig sehr schön ok kann man sich denn zum beispiel einen trailer anziehen hm ah watch now watch trailer schock moment na dreh dich ne ne ah nur so rum anscheinend so lautstärke mhm reinzoomen beim ipad kann ich auch nicht zurückspulen ok auf jeden fall trailer kann ich schon mal damit gucken ähm so und drehen kann ich es also auch videos hatten wir dokumente in der cloud ah unser handbuch vom kindle 451 seiten ja ne ist klar fange ich jetzt bestimmt auch an mir durch zu lesen ähm jo das geht nicht so flüssig wie auf dem ipad würde ich sagen gut bei einem 450 seiten dokument mhm ähm was kann man hier noch in diesem lustigen büchlein dann machen ah schriftgröße ändern hintergrund ja ok passt für die ganz blinden ok gehen wir wieder zurück ähm dann die apps und unser app store worauf können wir schon mal zugreifen ähm cloud und device hm was nehmen wir denn oh audible ja gut audible gehört zu amazon klar dass das drauf ist aber laden wir uns hier nochmal diesen xcomic reader runter install bin ich doch mal gespannt oben sagt er mir schon download started uuuuuh also wie gesagt out of the box ich habe hier noch nichts geändert nichts eingestellt nichts rumgemerkelt aber mhm ich habe zugriff auf den app store anscheinend so gucken wir noch ja ok license ja da sind wir schon also dieses comic app funktioniert schon mal klasse ähm ja das läuft hier auch absolut flüssig ok wieder zurück apps scheinen zu funktionieren was habe ich hier noch drauf hm sonst eigentlich noch nichts ist wieder meine bücher ah bücher und apps sind im gleichen wobei er packt wahrscheinlich dieses comic buch app zu den büchern naja und einmal ins web ähm ja vorgefertigte bookmarks sind schon mal zu sehen amazon facebook google yahoo youtube wikipedia und wie sie alle heißen hm tippen wir doch mal unsere eigene url rein was kann das wohl sein natürlich seit neuestem start technik foultier punkt komm so und 3 2 1 go zapp zapp ja flüssig also wenn sie wenn hier was nicht liegt äh schnell lädt dann liegt das eindeutig an meinem bescheuerten wordpress setup ich weiß ich weiß aber oh da unten kommt der hinweis double tap to zoom in and out ähm scrolling über die webseite geht absolut flüssig der hat die hier auch jetzt im wlan schön schnell geladen ähm gucken wir mal rein double tap wie war das ok nochmal wieder raus ähm think multi oi ok ja das geht das sieht auch flüssig aus ich würde mal sagen nicht so flüssig wie man das von von ios geräten gewohnt ist aber kann man absolut mit leben so ähm sieht doch schick aus wie klappt das mit videos testen wir das auch direkt ok jetzt sind wir an dem punkt lautstärkeregler wäre gar nicht verkehrt hm ne hallo youtube willkommen zu einer neuen folge von ja stopp ruhe das sind die von minuten in denen ich über all das rede was diese woche so passiert ist beziehungsweise natürlich nur der teil der für mich einigermaßen interessant war fangen wir direkt mal an der aufreger der woche der integrationsbambi für bushido naja ok lassen wir das da muss ich noch rumspielen nehmen wir mal einfach mal eine andere webseite nehmen wir mal hier ESPN gucken wir mal ob wir da überhaupt drauf kommen und wie die aussieht ja lädt jetzt ok ja da haben wir sie hm zoomen wir mal rein wieder raus ok das gefällt schon mal sehr gut auch das wenn ich hier so ans schriftbild gucke das sieht sehr scharf aus ich würde also auf jeden Fall schärfer als auf dem auf dem ipad 1 ja ich habe hier oben ganz normal meine tabs ich kann mehrere tabs aufmachen aber gehen wir mal wieder zurück was jetzt hier gerade fehlte war lustigerweise der homebutton da konnte ich jetzt nicht hin so was gibt es denn noch für features oben eine leiste wie man das von android gewohnt ist nein hm drehen wir es mal ok dreht sich mit was haben wir jetzt noch nicht was können wir noch machen gehen wir mal in die einstellung ok volume ah hier haben wir unseren äh lock screen stopper also dass sich nicht mehr mitdreht volume war klar jetzt schauen wir jetzt schon auf voll oh testen wir doch mal die helligkeit helligkeit jetzt auf zwei drittel oh ein drittel kann man immer noch mit umgehen ein viertel ah wird wahrscheinlich da nehmen die spiegelung da sind zu viele spiegelungen machen wir mal volle leistung da sehe ich jetzt null spiegelung mehr ok wir haben wifi und off wir haben unseren sync wahrscheinlich dann mit unserem amazon konto und wir haben hier noch einen knopf für mehr help feedback account einstellungen security applications oh datetime wireless network kindle keyboard ähm device legal notice terms of use hm da spricht mich jetzt eigentlich erstmal das kindle keyboard an was man da einstellen kann ah sound beim drücken der tasten ja das brauche ich sorry ich brauche dieses klick 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 zipp einmal zurück und was haben wir noch apps und da sind die running applications gerade vermerkt third party applications und all applications so gut das war der erste eindruck gar nicht mal so verkehrt ich spiele damit ja auch rum und da kommen noch so viele videos im vergleich zum ipad und 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 also bleibt dran